Die Musikauswahl hat der Komponist vermutlich zusammen mit dem Regisseur getroffen. Vielleicht spricht dann auch der Produzent nochmal mit oder so. Wir werden auf jeden Fall nicht gefragt, leider. Die war auch gut, fand ich auch gut, aber trotzdem, wenn man so einen Film im Ruhschnitt sieht oder ohne Musik, könnt ihr eventuell jetzt bitte, so, du gehst jetzt mal nach links. So. Was will ich dir ankommen? Ganz schön. Wenn man den Film sieht, dann hat man natürlich auch so Vorstellungen oder wieder für uns.